Hallo Leute und herzlich willkommen zu MSN 97 und der etwas anderen Weltmeisterschaft. Während der Gruppenphase schießen wir alle erstmal Elfmeter. Der Verlierer eines Spiels muss eine Bestrafung ausführen. Der Gewinner bekommt 3 Punkte. Bei uns schiebt er 3 Punkte. Weil hier beide Bestrafung machen. Und der Verlierer kriegt 0 Punkte. Die beiden Gruppen besten kommen ins Halbignale. Halbignale Haha Oh ho 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 Hier hat Finnland gegen China gewonnen. China, was hätten Sie gerne für eine Bestrafung? Ich habe es hier nicht so viele Haare. Was ist denn das? Ich habe es hier nicht so viele Haare. Wo willst du hin? Ich habe hier die Hände. Ich habe nicht so viele Haare. Was ist noch ein Brexit? Ich habe es hier geblieben. Es gibt alle die Schmacken. Okay, wir machen folgende Ergänzung, die Bestrafung ist raus, weil es nicht wirklich Spaß bringt.